Jo, heute zurück zu Avengers. Wir wollen hier noch mal kurz mit den Typen hier reden, allen. Hallöchen, willkommen. Alty Boy. Siehst du, war gar nicht so schwer, oder? Oh, okay. Das war's dann schon. Bruce hat mir Blut abgenommen, als ich bewusstlos war. Wichtige Lektion fürs Leben. Umgib dich mit Leuten mit niedrigen Erwartungen. Sehr witzig, ihr zwei. Ja, sehr witzig. Ich kann kaum glauben, dass sie dieses Ding gefunden haben. Du fehlst mir, Kumpel. So, lass mal einen Auftrag auswählen. Du hast ja zwei Orte gefunden, ne? Okay, Leute. Vor uns liegt Arbeit. Ach, hübscher Anzug. Touché. Wie können wir helfen? Jarvis hat zwei Wärmesignaturen gefunden, die Konzentrationen von Initiator-Kernen sein könnten. Aber sie sind an komplett verschiedenen Orten. Da die Zeit knapp ist, müssen wir uns um beide gleichzeitig kümmern. Bruce, du und Kamala, ihr sucht im Randbereich der Ödlande, während ich mir eine Stadt an der Ostküste vornehme. Hoffentlich finden wir an einem dieser Orte die Initiator-Kerne. Wird gemacht. Jarvis, wie lange noch? Erreichen das Ziel in Kürze, Sir. Sehr gut. Wir müssen diese Initiator-Kerne finden und die Reparatur fortsetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis AIM die Position der Chimera hat und dann muss unsere Operationsbasis einsatzbereit sein. Kann ich irgendwie... Man sieht nicht gut aus in der Rüstung. Sehr schick, Sir. Du hast recht. Ich muss mal die Steuerung umstellen. Invertieren. Schiri. Moment. Wo sind denn alle? Anscheinend hat AIM die Stadt wegen der hohen Inhuman-Aktivität evakuiert. Klingt wie eine Ausrede mit gefährlicher Technologie zu experimentieren. Vielleicht hattest du mit den Wärmesignaturen recht. Ein Riesenhaufen Initiator-Kerne könnte die Energie liefern. Die Anlage ist schwer bebracht. Rechnen Sie bei Ihrer Ankunft mit Widerstand. Ach, die freuen sich... Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Jarvis, wo ist die Anlage? Einige Meter vor Ihnen, Sir. 444? Oder da drüben. Oh, okay. Oder da drüben. Oder da drüben. So, wen haben wir hier? Hey, hi, na? Das ist ja gut. Okay. Noch mehr Vögelchen, na gut. Okay. Oh, nice. Bist du eine Kiste? Ja. Nehre Feinde in der Nähe des Labors geortet. Nähern Sie sich vorsichtig. Tja, Jarvis, ein Feind ist erst dann einer, wenn er auf dich schießt. Okay, dahinten ist ein bisschen voller, ne? Ich komme vielleicht mal hier in die Mitte durch, oder? Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. In der Nähe Ihrer Position befindet sich eine besondere Feindeinheit. Sie hinterlässt vielleicht etwas Nützliches, wenn Sie besiegt. Was ist denn das hier? Oh, nice. Wow, okay. Das Geschütz ist natürlich shit, ne? Ah, das hat sie dann gemacht. soo, das F-ing ist auch kaputt, oder? soo, das ist Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. holt sie euch von den Seiten so wir haben ihn auch da drüben noch einen kleinen so Hehehe. 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 Vielen Dank. Ach komm Ach komm Na gut, dann da rein, oder? Na gut, dann rein, oder? Ich mache Fortschritte. Bleiben Sie in Reichweite der Verbindung und halten Sie AIM auf Distanz. Ich bin durch die erste Firewall. Ich mache Fortschritte. Ich habe gleich Zugriff. Ich mache Fortschritte. 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 Schieße! Oh, endlich! Alter! Wow! Okay, also wo wollen wir hin? Rauf wahrscheinlich, oder? Also hier raus und da rein in den Fahrstuhl, okay. Ne, ist gar kein Fahrstuhl? Doch! Ja, Christi! Okay, mal sehen, was der ganze Aufwand soll. Der Reaktorkontrollraum müsste am Ende dieses Ganges sein. Er ist mit Sicherheit gut geschützt. Keine Willkommensparade! Schon verstanden! Alter! Ja! 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 Oh, shit, man. Ich dachte, das werden geschützt. Achso, ja. Das ist meine ARC-Reaktor-Technologie, aber in riesig. Das hier macht Städte platt. Was denkt sich er denn dabei? Oh, hallo mein schöner. Sir, die Reaktoren werden zunehmend instabil. Sie müssen sie herunterfahren. Die Verstärker müssen weg, sonst können wir ihn nicht abschalten. Es sind noch mehrere Kerne, Sir. Ein gut gemachtes Hin- und Widerwehre der Motivation. Dann aber hier. Keine Widerspalten! Wir sind die Verortenbindungen. Denn die's rumgedrückt. Dasselbehen nicht lang für Sie! Das war's für heute. Das ist so gut. Das war's für heute. Gut gemacht, Sir. Und? War das so schwer? War fertig. Dann können wir endlich hier aus. Woah. Noch A, ne? Ja. 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 Woh! Weg hier, komm. Glückwunsch, Sir. Sie haben den Arc-Reaktor erfolgreich zerstört. Ich hätte nicht erwartet, dass du jemals sowas sagst. Wir nehmen mit, was geht, und dann raus hier. Okay. Geht's Ihnen gut? Ja. Ja, nur... Ich hatte für alles gute Gründe. Dachte ich wenigstens. Was ist passiert? Der Terrigin-Reaktor, A-Day. Das hier. Ich kann nicht steuern, was andere mit meiner Tech machen, aber ich bleibe dafür verantwortlich. Ich bin stolz auf Sie, Sir. Ja. Ich hoffe mich auch. Apropos Ärger. Bruce? Kamala? Habt ihr meine Zündkerzen? Äh, sind in Arbeit. Ja, klar. Aber das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal. Also, bis denn. Einen Bereich habe ich bis jetzt vermieden. Ciao.